Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herr Spock im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern, zum Newsletter 200. Wir sind auch zwischen den Feiertagen und die ganzen Ferien über für Sie da. Sollten Sie also Heimatkultur, Möbelgutscheine oder andere Geldgeschenke einlösen wollen oder einfach nur mal so zum Schallplattenhören reinschauen, rufen Sie uns bitte kurz an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. Dann können Sie alles, was Sie haben gegen Möbel, Küchen, Polstermöbel, Matratzen, Schneidbretter und Messer, Leuchten, Vorhänge oder Jalousien oder sogar Hi-Fi-Anlagen, also einfach alles Gute zum Einrichten eintauschen. Die Gewinner unserer Wimmelbildpreise haben wir informiert, diesmal gab es Weinbuchhalter. Alle anderen Fragebogenausfüller können sich gerne Brotzeitbrettchen und Bleistifte als Dank abholen. Meine Lieblitteinstellung. Felix, unser Kunde aus Ersbruck und Miami, hat uns nach drei Jahren seine Gedanken zur Küche in Ahorn, Nussbaum, Weißgepulverten, Blech und Keramik geschildert. Wir haben seine Erfahrungen auf der Homepage integriert, weil sie auch den Entscheidungsprozess und die Beratung zeigen. Von der ersten Idee mit Spüle und Kochfeld in der Insel vor geschlossener Hochschrankzeile ist zwar modern, wenn auch sehr unfunktional, bis zur perfekten Ergonomie mit Spülenseile und Kochinsel mit Sitzmöglichkeit, die eine ganz andere Lebensqualität bietet. Herzlichen Dank für dieses Feedback. Nach Miami darf man schon mal einen Anglizismus senden. Dieses Badezimmer aus Nussbaum, weißem Glas und unserem multifunktionalen Spiegelschrank präsentiert Natascha mit Elch. Wir werden so oft gefragt, ob unsere Schneidbretter mit Gradleisten vom Frankfurter Brett, Markteinführung war 2014, inspiriert wurden. Nein, nein, nein. Unsere Idee der Garbehälter unter dem Brett ist fünf Jahre älter, von der Gewerbeschau 2009, siehe Bodypainting-Foto. Unsere Lösung ist einfacher, es braucht keinen Beschlag. Ergonomischer, man hat keinen Abstand zum Schneidbrett beim Schneiden. Funktionaler, weil leichter zu reinigen. Und nützt geschickt die Schwerkraft zum Abstellen von Garbehältern. Präsentiert von Lena Tischer, die sie auch mit den neuen integrierten Magneten als Messerhalter gebaut hat. Wir haben dem einen eigenen Blogbeitrag gewidmet. Unser Serienstedtisch ist schon sehr bekannt, aber immer mehr Stedtische bis hin zum elektrisch Verstellbaren werden in der Einzelanfertigung gefertigt. Manche Kunden haben sich beschwert, weil sie nicht ahnten, dass wir uns auch um ihre Fenstergestaltung mit Holzschalosien, Flächenvorhängen, Vorhängen und ganz neuen Möglichkeiten kümmern. Deswegen haben wir jetzt eine neue Seite auf der Homepage eingerichtet. Wir halten Abtropfflächen an der Spüle für überflüssig, aber manche Kunden wünschen sie sich trotzdem. Endlich hat Systemcaram das Problem elegant mit einer einfachen Silikonmatte gelöst. In den Kurznachrichten berichten wir vom neuen Buch Lebensart genießen von Oliver van Essenberg, das vom Stiftland handelt. Weshalb wir es auch mit denselben Szene setzten. Und immer mehr Menschen bemerken, besonders an Weihnachten, einen Gendefekt. Ihnen fehlt nämlich das Heimgehen. Wir wünschen wunderbare Feiertage und wir freuen uns auf Ihren Besuch gleich danach oder wann immer Sie dafür Zeit finden. Bis bald! Wir wünschen, wenn es Kid mit einem Scherimmer